Desillusionierung in der Partnerschaft. Wenn wir Partnerschaft, wenn wir Beziehung beginnen, dann ist jeder Mensch wunderbar, egal ob Mann oder Frau. Du liebst, wie er läuft, du liebst, wie sie spricht, du liebst, wie sie duftet, du liebst seinen Atem, du liebst seinen Herzschlag, wenn du an seiner Brust hörst und da dran bist, du genießt das Kuscheln und so weiter. Das heißt, wir finden in einer Partnerschaft zueinander. Und das ist ja auch ganz wichtig, dass das, wenn wir es jetzt rein biologisch betrachten, stattfinden kann, dass man also tatsächlich jemand etwas, der tatsächlich idealisiert, also etwas Ideales ist, wo man dann sagt, mein Gott, jetzt habe ich Feuer gefangen, buchstäblich, und jetzt fängt es an, sich zu binden. Alles ist wirklich toll, es ist rosarot. Und deswegen sagen ja auch manche Leute, eine Verliebtheit ist eigentlich eine Krankheit. Oder ist eine Störung, weil wir natürlich etwas sehr, sehr einseitig sehen, weil wir diesen Menschen einseitig begreifen und ihn natürlich hochheben in etwas, was in Wirklichkeit gar nicht ist. Was in Wirklichkeit, in der Realität, in dem berühmten Realitäts-Check, den wir ja immer wieder brauchen im Leben, wirklich nicht ist. Aber es soll ja gebunden sein und die Menschen sollen ja tatsächlich, diese Partner sollen ja tatsächlich zusammenkommen und auch zusammenbleiben. Das soll ja haltbar werden. Und deswegen ist das so am Anfang. Natürlicherweise ist es dann so, in der Folge, wenn die Partnerschaft in der Beziehung die Bindung hält, dass du Dinge an den Menschen entdeckst, die dir nicht gefallen, die du zwar akzeptierst, und du kannst sie akzeptieren, weil ja andere Dinge dann halten, muss ja nicht alles gut sein. Aber das wird immer differenzierter, dir fällt immer mehr auf. Und natürlich haben wir dann die Eigenart an uns als Menschen, den anderen Partner, wie gesagt, im Laufe der Zeit tatsächlich dann doch zu bekehren. Oder je mehr wir ihn tatsächlich kennenlernen, desto mehr wollen wir ihn dann, weil er natürlich fehlerhaft ist, weil sie fehlerhaft ist, ihn bekehren. Und bekehren bedeutet einfach, wir wollen den Menschen dazu führen oder ihn dazu bewegen, dass er sich verändert. Verändert in unserem Sinne, sodass wir damit zufrieden sind, sodass wir nicht ständige Frustrationen haben und all dies, was dann typischerweise in Partnerschaften passiert. Aber genau das ist oft nicht der Fall. Es ist tatsächlich so, dass das Unangenehme stärker wird und dass man lernen muss, mit dem Unangenehmen umzugehen. Das heißt, du musst lernen, das Unangenehme auszuhalten. Das Aushalten spielt überhaupt eine wichtige Rolle in unserem Leben. Wenn wir nicht in der Lage sind, Dinge auszuhalten, negative Dinge auszuhalten, Probleme auszuhalten, Konflikte auszuhalten, Eigenheiten, besondere Verhaltensweisen, Ungewöhnliches, wirklich Unangenehmes auszuhalten, Unangenehmes auszuhalten, dann sind wir nicht in der Lage, eine Beziehung zu führen. Das ist ein ganz wichtiger Fakt einfach auch. Und insofern ist natürlich die Desillusionierung im Laufe der Zeit vorprogrammiert. Am Anfang war alles tatsächlich nur Friede und wundervoll und alle Perspektiven schienen da gewesen zu sein. Alles war da. Und viele Menschen blicken dann oft in dieser paradiesischen Verklärung zurück auf den Anfang ihrer Beziehung, auf den Beginn und denken, mein Gott, damals war doch noch so viel möglich. Aber in Wirklichkeit war es natürlich gar nicht so viel, sondern es war die Illusion, dass so viel möglich ist, weil da jetzt etwas wunderschön Neues reinkommt, weil etwas so saftig und so prächtig und so schön ist, dass ich denke, alles ist offen, alles ist möglich. Und natürlich ist nicht alles möglich und alles offen. Und das ist ja genau das, was wir lernen müssen in der Partnerschaft, in der Bindung, dass das alles nicht geht und vieles nicht geht. Und wie oft muss man sich dann im Laufe der Zeit der Partnerschaft eingestehen, mein Gott, auch das funktioniert nicht, auch das geht nicht richtig. Auch das ist nicht das, was ich eigentlich bräuchte oder was wir bräuchten, um voranzukommen und was man sich dann auch sonst noch einbildet und wo man sich natürlich dann auch wieder einseitig reinsteigern kann. Und wenn das zu einseitig wird, dann wird eben der Partner, die Partnerin entwertet. Dann sind wir also in dieser Polarität gefangen. Am Anfang ist alles nur noch idealisiert und schön und engelhaft und wundervoll und paradiesisch. Und im Gegenteil dazu wird es dann vollkommen runtergemacht und vollkommen entwertet. Man sieht gar nicht mehr die normalen Werte eines Menschen. Und wenn ein Mensch in diesen Extrem gefangen ist, dann hat er eine Strukturstörung, wie wir es beispielsweise in der Borderline-Störung haben. Dann gibt es eben nur diese Polarität gut und böse und schlecht und nicht schlecht und all das eben in der Idealisierung oder eben in der Entwertung. Aber zurück zur Desillusionierung, zur natürlichen Desillusionierung, die ja so wesentlich ist. Eine Desillusionierung erfahren, ich würde geradezu sagen, erfahren zu dürfen, um dann wirklich zu etwas anderem kommen zu können. Etwas, was jenseits der Illusion liegt. Jenseits der Illusion zur Partnerschaft. Was ist denn das, wenn du dann den täglichen Frust spürst? Dann kannst du natürlich da kleben bleiben, kannst dich daran auffängen und dann fängt vielleicht eine Konflikthaftigkeit an, die nicht mehr endet. Dann wird es immer schlimmer und dann geht jeder seinen Weg. Und dann spürt man Gott, der Partner liebt mich ja gar nicht mehr. Und dann steigert sich das rein, dieses Gefühl, ich werde gar nicht mehr geliebt, ich werde nicht mehr akzeptiert. Und schon ist man irgendwo anders und denkt dann, wenn das eben nicht so geht, naja, dann orientiere ich mich anders oder ich ziehe mich eben zurück oder ich mache mein Ding oder ich bekämpfe den Partner, die Partnerin. Und das sind natürlich nicht die Wege, die normal sind. Was ist denn das Normale dann der Desillusionierung in der Partnerschaft? Was ist denn gewissermaßen eine gesunde Desillusionierung in der Partnerschaft? Was ist es denn? Das nur aushalten können, das ist tatsächlich ein beträchtliches Maß. Das aushalten können ist wirklich auch vielleicht ein Drittel der Tätigkeit. Ein Drittel Regeln sind immer sehr interessant. Was kann ich denn noch außer aushalten? Ich kann natürlich sehen, dass ich den Menschen nicht verändern kann. Am Anfang habe ich vielleicht gedacht, ich kann sie verändern, ich kann ihn verändern. Aber das ist natürlich in Wirklichkeit nicht so. Ein Mensch bleibt so, wie er ist. Natürlich wandelt er sich und er lernt und er hat neue Erkenntnisse und er hat ein Wachstum und eine Entwicklung. Das sehen wir gerne nicht, dass da ja wirklich ein Wachstum und eine Entwicklung da ist und sei es eben das Wachstum in das Alter hinein oder in das Älterwerden und damit vielleicht auch reifer werden. Aber oft übersehen wir das. Wir hätten es gern anders. Wir hätten es gern fulminanter. Wir hätten es gern noch beträchtlicher. Aber das geschieht nicht. Und dann bleibt mir nichts anderes übrig, als bei mir zu schauen, wie bin ich denn? Wie möchte ich denn sein? Was geht denn bei mir und was geht denn bei mir nicht? Und dann wird es interessant, einerseits die Partnerschaft zu halten und eben weiter zu pflegen. Ich sage ganz betont zu pflegen und damit behutsam umzugehen, die Grenzen zu akzeptieren, die Grenzen natürlich auch zu sehen, vielleicht auch immer mal wieder auf die Grenzen hinzuweisen und sie zu artikulieren, also zu kommunizieren. Aber in der Regel mit dem zu sein, was dann einfach ist, was tatsächlich so gewachsen ist zwischen diesen beiden Menschen, zwischen dir und deiner Partnerin, zwischen deiner Partnerin und dir entsprechend. Und das ist wesentlich dann. Und wenn du desillusioniert bist, dann ist es ja wie so ein ernüchterndes Aufwachen. Denk mal an so eine durchzechte Nacht. Denk mal an so etwas, wo du ein Fest hattest und da ging es drunter und drüber und es war abseits da und mit allem, was dazugehört. Und dann wachst du am Morgen auf oder nach ein paar Stunden schlechtem Schlaf auf und du denkst, oh, wie schrecklich, wie fürchterlich, was habe ich denn gemacht? Und das ist etwas, was in unserem Leben immer wieder vorkommt. Wir geraten in eine Einseitigkeit hinein. Wir sind vollkommen im Schwange, im Überschwange. Wir übertreiben es. Und Menschen übertreiben es sehr gerne, weil sie natürlich wissen wollen, was gibt es denn da noch, wenn ich jetzt etwas Absolutes mache oder wenn etwas in diese Richtung Absolutheit geht. Was passiert denn dann, wenn ich etwas ausprobiere, wenn ich eine Grenze überschreite, wenn ich tatsächlich zu viel idealisiert habe und all das? Und genau das brauchen wir, um zu tarieren, um die Balance hinzubekommen, den Ausgleich hinzubekommen, dass es dann wieder anders werden kann. Und da ist natürlich der Aufschlag in der Desillusionierung zunächst mal sehr heftig. Aber genau darauf kommt es an, diese Heftigkeit dann tatsächlich zu bemerken und nicht davon zu laufen und nicht wegzulaufen und nicht einen Krieg anzufangen, sondern zu sagen, oh, das ist es jetzt aber irgendwo. Was passiert denn da? Und da kommen dann diese berühmten Momente, wo man sieht, wie ein Mensch wirklich aussieht, wie er sich dann wirklich anfühlt oder wie er auch aussieht und wie er sich auch anfühlt. Jenseits dieses Verliebtheitsgefühls, jenseits dieses Eroberungsgefühls, das wir ja immer wieder haben. Wir sind alle Eroberer, Männer und Frauen sind Eroberer. Sie wollen eben einen Menschen tatsächlich vollkommen in sich hineinlassen und damit eben verschlingen geradezu, metaphorisch gesehen und erobern und zu einem Teil von sich selber zu machen. Und da das natürlich nicht geht, muss diese Desillusionierung früher oder später kommen. Bei mir war das so, oft so in Partnerschaften, dass diese Desillusionierung vielleicht eher unbewusst als bewusst auch schon frühzeitig eingetreten ist, wo ich dachte, oh, ich bin aber nicht nur der Tolle und der Wundervolle und der Engel und solche Geschichten, die man da erlebt, sondern ich habe versucht, den Partnerinnen immer auch gleich zu kommunizieren, dass ich auch andere Seiten habe, dass ich auch sehr starke Schattenseiten habe und dass ich nicht möchte, dass ich nur ständig idealisiert werde, sondern ich habe eben auch Arschlochseiten. Und je früher das klar ist, desto besser. Und das kann jeder Mensch so halten in seiner Partnerschaft, wie er das für richtig hält. Aber das Vorhalten oder zu sagen, natürlich bin ich nur ein guter Mensch und ewig nur ein guter Mensch ist natürlich eine Illusion und ist letztendlich eine Lüge. Und diese Lügen sind dann wirklich schlimm, weil sie dann drauf und dran sind, vielleicht zu einer Lebenslüge zu werden, wo man sich wirklich etwas vormacht. Und in Wirklichkeit ist das nur Fassade, eine künstliche Fassade. Und die Wirklichkeit sieht überhaupt nicht so aus. Also desillusioniere deine Partnerin, deinen Partner. Sehe diese nackte Wahrheit, buchstäblich. Das ist auch jetzt ein krasses Wort. Und erst dadurch, dass du eben auch die anderen Seiten kennenlernst und akzeptierst, wie gesagt, in den Maßen, die akzeptabel sind, es gibt natürlich Maße, die dann nicht mehr akzeptabel sind, kannst du lernen, mit diesen Menschen umzugehen. Und dann lernst du eben die andere Seite kennen. Und dann geht das eine ganze Weile in der anderen Seite und du merkst, ach, das hat ja auch nicht gehalten. Und das hält ja auch nicht. Und das ist ja auch nicht. Und das ist ja natürlich gar nicht. Und überhaupt nicht. Und ich habe mir am Anfang vorgemacht, das ist er. Wo sind wir hingekommen? Nach fünf Jahren Ehe, nach sieben Jahren Ehe, nach zehn Jahren, wann auch immer diese Zeit ist, oder eben nach kurzer Zeit. Wo sind wir da gelandet? Wo sind wir tatsächlich gelandet? Und dann merkst du, entweder kommt jetzt das berühmte Entweder oder was mache ich jetzt? Das sind immer wieder neue Entscheidungen. Wir entscheiden uns immer wieder auch aufs Neue. Oder eine Möglichkeit, eine Methode ist, für sich Partnerschaft zu handhaben, indem man sich ab und zu im Stillen oder vielleicht auch laut die Frage stellt, wie ist das jetzt einfach auch? Wie trägt das noch? Kann das eben noch ein Versprechen sein für eine Ehe, für eine Beziehung? Oder eben nicht mehr. Das ist schon sehr wichtig. Nicht zu knauserig sein dabei. Auch nicht zu überschießend. Also das wäre ja dann wieder eine Illusion, die zu einer Desillusionierung führt. Ich muss nicht jemand wegwerfen. Also das tun viele Menschen vielleicht in ihrer unreifen Art dann auch. Sie werfen weg und bereuen das vielleicht dann im Nachhinein, dass sie zu schnell aufgegeben haben. Und dieses Aufgeben bedeutet in vielen Fällen, dass man tatsächlich den Partner, die Partnerin verändern wollte und es ist einem nicht gelungen. Wir können einfach andere Menschen nicht verändern. Wir können uns selber verändern. Aber den anderen verändern zu wollen, ist oft eine starke Illusion. Das geht nicht. Und da bleibt mir nichts weiter übrig, als ihn so zu belassen, sie so zu belassen, wie sehr er ist. Und nichts weiter. Und dann zu sagen, okay, das kann ich ihm nachsehen. Das kann ich ihr nachsehen. Da kann ich vielleicht eine Gütigkeit entwerfen, eine Barmherzigkeit, eine Akzeptanz, wirkliche Akzeptanz auch dann entdecken und sagen, oh, ich akzeptiere das. Es tut mir zwar weh, aber wenn ich gelernt habe, das dann, mich umzudrehen und mich nicht daran aufzuhängen, dann läuft das auch. Und dann kann so etwas kommen, nach einiger Zeit, wo man dann wieder andere Seiten des Menschen kennenlernt, die man vorher gar nicht gesehen hat. Ein Mensch ist ja nicht wirklich eine festgesetzte Persönlichkeit in dem Sinne, dass er nicht flexibel wäre und dass wir immer wieder neue Seiten sehen, in denen eine Persönlichkeit schillert. Das ist ja immer auch in der Veränderung. Das ist ja stets in einem großen Wandel. Trotzdem natürlich die Dinge, die wir bemängeln und die uns als Konflikt vorkommen, so vorhanden sind. Das scheint ein Widerspruch zu sein, ist aber nicht wirklich ein Widerspruch. Je mehr du an der Desillusionierung orientiert bist, auch orientiert bist, desto besser eigentlich die Lebensgestaltung, die für dich dann möglich ist oder in der Partnerschaft möglich ist, also in der Wechselseitigkeit einer Partnerschaft, dann tatsächlich möglich sein kann. Das heißt, es wurde dann vielleicht mal ausgesprochen am Frühstückstisch, am Mittagstisch, wo auch immer das ist, oder nachts im Bett, ja, das und das ist nicht so, wie ich es mir gedacht habe, wie ich es mir erhofft habe, wie ich erlöst sein wollte in der Partnerschaft oder wie ich dachte, die ideale Partnerin gefunden zu haben. Es gibt keine ideale Partnerin und es gibt keinen idealen Partner. Alles ist stets nur ein Arrangement von etwas. Und in dem Arrangement liegt die Kraft. Die Kraft, gerade durch die Desillusionierung, neue Seiten zu entdecken und mit diesen neuen Seiten dann umzugehen. Und vor allem sehr viel nachzusehen, weil Menschen sind einfach unvollkommen. Die Natur des Menschlichen ist eine Unvollkommenheit, gemessen an dem Ideal, das wir haben und an dem wir auch als Menschen orientiert sein müssen. Sonst würde das Leben vielleicht keine Freude machen. Wir brauchen dieses Idealmaß oder dieses Absolutmaß, weil wir natürlich ahnen und vielleicht so ein bisschen wissen, also irgendwo bemerken, bewusst werden, dass es da etwas noch anderes gibt. Und danach streben wir ja immer wieder als Menschen. Und danach entwickeln wir uns auch. Aber Achtung, es ist natürlich gefährlich, weil wir dieses Maß immer wieder tatsächlich in der richtigen Augenhöhe bewegen müssen. und es nicht überborden und sagen, also, das wird meinen Ansprüchen nicht gerecht. Dann scheiterst du an deinen eigenen Illusionen oder Idealvorstellungen. Und viele Menschen scheitern an ihren Idealvorstellungen. Und dann wird das Leben richtig unangenehm. Und wenn man dann kein Mitgefühl hat mit sich selber und mit den anderen, mit dem anderen Menschen, dann wird es schwierig. Dann komme ich in eine Frustration hinein. Und dann wird vielleicht mein Leben ziemlich bitter. Dann wird es irgendwie versaut. Und dann habe ich es mir selber versaut. Und zu sagen, okay, ich kann doch mit dem leben, was ich da noch habe, das ist oft etwas, was dann trägt. Mit dem kann ich leben. Guck mal, da gibt es die tollen Seiten, die die Partnerin hat. Und die anderen Seiten hat sie nicht. Und das habe ich jetzt gesehen und das habe ich auch geschluckt. Und das ist mir natürlich aufgestoßen. Und ich wollte das eigentlich nicht. Ja, aber mein Gott, ich habe da eine Fantasie. Ich habe da noch andere Möglichkeiten im Leben, das auszugleichen, um nicht gleich fremd zu gehen oder sowas. Das ist natürlich auch eine Option, aber das ist nicht das, was ich jetzt meine an der Stelle. Und durch das alles hindurch zu gehen und es tatsächlich auch tragen zu können, ohne dass du dich wirklich vollkommen verbiegst und vielleicht diese Reue hast, mein Gott, hätte ich doch zu dem Zeitpunkt was anderes gemacht, hätte ich mich doch von dem getrennt, von der getrennt, dann wäre eine andere Partnerschaft entstanden, da wäre es besser gewesen, was ja natürlich auch eine Illusion ist. Weil, Achtung, das ist die Botschaft dieses Audios. Früher oder später, jegliche Beziehung desillusioniert wird. Jegliche. Egal, mit welcher Idealfrau und Idealtyp ich zusammen bin. Es gibt keinen Idealtyp und keine Idealfrau. Es gibt eigentlich gar nichts Ideales im Leben, sondern das Ideal ist nur eine gewisse Orientierung, die wir haben, die da ist, aber von der wir irgendwo stets wissen sollten, dass es eben nur das Ideal ist, die Idealvorstellung von etwas ist, das Idealbild, das wir nie erreichen werden, das irgendwo vielleicht mal außerhalb unseres Lebens oder überhalb unseres Lebens da ist, aber nicht der Realität entspricht. Und wie gesagt, der Realitäts-Check, auf den ich oft hinweise in diesen Audios, ist etwas Wesentliches. Immer wieder zu einer Realität zurückfinden zu können, damit das Leben überhaupt magbar ist, das ist die Einstellung. Und wie oft erlebe ich Klientinnen und Klienten, die sagen, ich kann das nicht, das geht nicht, diese Partnerschaft taugt nichts. Und das ist natürlich in Wirklichkeit oft nicht so. Natürlich gibt es Fälle, wo es dann zu Ende ist und wir müssen auch lernen, uns zu binden und auch wieder zu entbinden von einer Partnerschaft und Schluss zu machen mit jemandem. Das ist gar kein Thema. Aber das ist natürlich nicht so häufig in der Form. Sondern wenn es mal gelungen ist, eine Partnerschaft zu binden, dann kann es eben auch gelingen, die Partnerschaft weiter zu führen und eher weiter zu führen, realistisch weiter zu führen, als sie vorschnell zu entbinden oder gleich rauszusprengen und dann letztendlich immer wieder an den gleichen Punkt zu kommen mit einer neuen Partnerschaft, wo man daran auch zu scheitern droht. Desillusionierung, das vielleicht zum Schluss noch, dieses Audios, ist ja auch etwas grundsätzlich Wichtiges im Leben. Sigmund Freud hat mal gesagt, die Aufgabe der Psychoanalyse ist, den Klienten zu desillusionieren, ihn in seinem Liebesbegehren zu frustrieren, das er dir gegenüber hat, als Therapeutin, als Therapeut. Weil das natürlich nicht haltbar ist und weil das natürlich auch ein No-Go ist. Aber es ist ja etwas jenseits dieser Desillusionierung. Nämlich natürlich die Realität, die vielleicht auch neue Idealisierungen aufbaut. Das ist schon okay auch. Das muss ja immer irgendwo da sein. Dieser Fantasiereichtum, dieser Möglichkeitenreichtum, dieser Sammelreichtum, den wir alle haben, Männer wie Frauen, zu sagen, natürlich gibt es da noch andere Menschen. Das ist auch interessant mit den anderen Menschen. Das ist ja schon etwas sehr Grundlegendes, auch in dem wir immer wieder orientiert sind. Es gibt ja keinen von uns, der nicht sagt, der auch gut in der Partnerschaft gebunden ist, der aber sagt, natürlich gibt es ja noch andere Männer und da gibt es noch andere Frauen, die mir auch auffallen und mit denen ich auch flirte oder was auch immer. Und dann vielleicht gewisse Grenzen achte oder sie vielleicht auch überschreite. Das mag jeder für sich selbst entscheiden. Aber die Realität holt uns immer wieder ein.